Willkommen bei DJE Fonds im Fokus, einem Service der DJE Capital AG. Ziel ist es Ihnen, aktuelle Informationen in konzentrierter Form zur Verfügung zu stellen. Heute im Fokus der DJE Dividende und Substanz. Ein globaler Aktienfonds mit der Besonderheit von attraktiven jährlichen Ausschüttungen. Mein Name ist Mario Künzel und ich freue mich, heute den Fondsmanager Dr. Jan Ehrt bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Jan. Jan, du bist ja nicht nur Fondsmanager, du bist ja auch Mitinhaber der DJE Capital AG. Du bist unter anderem auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Ich weiß aber, dass du dich als Fondsmanager am wohlsten fühlst und lass uns deswegen auch mal zu deinem Fonds kommen. DJE Dividende und Substanz, 18 Jahre alt, aufgelegt damals am 27. Januar 2003. Genau. Was war die Idee hinter diesem Fonds damals und hat diese Idee für dich heute noch Bestand? Die Idee ist im Jahr davor, also im Jahr 2002 entstanden vom Dividende und Substanz und ich habe damals bei der Credit Suisse in New York gearbeitet und zwar habe ich damals Technologieaktien analysiert und so kurz vor Weihnachten 2002 kam dann der Anruf aus Pullach von meinem Vater von hier und der sagte, ob ich nicht Interesse hätte, einen eigenen Fonds zu managen. Und er hat mich sozusagen abgeworben damals und ich fand die Idee natürlich extrem spannend, einen eigenen Fonds zu managen. Und was mir wichtig war damals, war auch, das hatte ich auch mit meinem Vater damals schon mit ausgemacht, dass ich den Fonds sozusagen wirklich ganz alleine managen kann. Und tatsächlich in den ganzen 18 Jahren, die der Fonds jetzt schon alt ist, hat mein Vater nie eine Entscheidung auf der Mikro- oder Makro-Seite für den Fonds getroffen und da bin ich ihm sehr, sehr, für das Vertrauen bin ich ihm sehr, sehr dankbar, weil er hatte natürlich oder hat viel, viel mehr Erfahrung als ich, also gerade vor 18 Jahren. Also ich kam mir sozusagen mit 27 hierher und habe den Fonds gemanagt, damals mit einem Anfangskapital von 20 Millionen Euro und dass er mir das Vertrauen da entgegengebracht hat, auch meinen, dass ich meine eigenen Fehler machen konnte, das war mir die ganze Zeit sehr, sehr wichtig. Und das glaube ich auch für die, deswegen hat die Zusammenarbeit auch die ganzen letzten 18 Jahre immer super funktioniert. Und also da bin ich sehr, sehr dankbar, auch generell, auch natürlich auch für die, für alle Anleger, die auch damals mir schon, weil der Fonds ist recht schnell auch gewachsen in den ersten Jahren, die mir da das Vertrauen schon früh entgegengebracht haben. Aber zurück zum Dividenden und Substanz und zu der Idee. Ich habe eben bei den Technologieaktien analysiert und wusste, dass die Technologieaktien noch sehr, sehr teuer sind, gerade im Vergleich zu den Dividendenaktien. Und insofern fand ich dieses Thema, einen Dividendenfonds zu managen, sehr, sehr spannend und in der Tat war dann auch in den Folgejahren die Wertentwicklung extrem gut von den Value-Werten und Dividendenwerten im Vergleich zu den Gross-Aktien. Und ein bisschen ähnliche Situationen haben wir auch aktuell, weil wir kamen in 2003 gerade aus der Rezession von 2002 hinaus. Die Zinsen waren niedrig und gerade die Wirtschaft hat sich auch langsam wieder verbessert. Und viele eben, gerade solche Unternehmen mit höheren, also Value-Werte sind damals auch gestiegen. Und als zweites, deswegen haben wir den Fonds Dividende und Substanz genannt, hat mir der Substanzcharakter sehr, sehr gefallen und der war in den letzten 18 Jahren immer sehr wichtig. Gerade weil aufgrund der Substanz der Unternehmen, also sprich, dass wir auf Verschuldung oder auf Eigenkapital sehr geachtet haben, hat sich der Fonds in den Abwärtsphasen immer besser entwickelt. Und das ist auch eine Sache, die eben auch für die Zukunft weiter sehr wichtig ist. Also sind wir alle froh, dass dein Vater dich überzeugen konnte, das zu machen, weil der Dividenden und Substanz ja eine echte Erfolgsgeschichte war. Jetzt hast du mir meine zweite Frage schon weitestgehend beantwortet, aber trotzdem nochmal die Frage, was zeichnet diesen Fonds aus? Oder anders gesagt, wo ist der Unterschied zu den anderen Marktteilnehmern? Was ist der Mehrwert für den Anleger? Also wir achten ja bei der Titelauswahl auf viele Komponenten. Wir schauen auf, wir besuchen die Unternehmen, wir schauen sehr stark auf ESG, also auf Thema Umweltschutz, aber eben auch sehr stark auf Bewertung. Also deswegen haben wir auch diese Punkte Dividende und Substanz in den Namen mit aufgenommen, weil die Bewertung der Unternehmen eine sehr große Rolle spielt. Also da schauen wir neben Dividendenrendite natürlich auch auf Buybacks, aber auch auf den, was wirklich an Cashflow bei dem Unternehmen wieder nach Investitionen ankommt. Also auf den freien Cashflow, wir schauen auf Gewinnqualität, also einfach auf Verschuldung. Also das Thema Bewertung spielt generell eine sehr, sehr große Rolle bei dem Fonds und da schauen wir eben sehr genau nach. Und vielleicht noch eine Sache, die den Fonds auch unterscheidet, ist, du hast die 18 Jahre erwähnt, also schon jetzt ist der Fonds wirklich volljährig geworden. Und die 18 Jahre sozusagen mit einem Fondsmanager und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wenn man sich so auf der Homepage die Wertentwicklung anschaut, nach Kosten sind wir so zwischen, ich glaube, so gut 9% pro Jahr im Durchschnitt auf die letzten 18 Jahre, hat sich der Fonds im Sektor, aber auch ganz generell im Vergleich zum Weltindex sehr, sehr gut entwickelt. Und da kann, glaube ich, das ganze Team auch richtig stolz sein hier im Haus. Absolut, also wie gesagt, Erfolgsgeschichte, Dividendensubstanz definitiv. Kommen wir mal zur Allokation. Also wenn man sich die Allokation mal etwas näher anschaut, dann fällt eine Sache auf, dass du von den Sektoren und den Ländern gar nicht so nah an der Benchmark bist, eher sogar weiter weg. Was steckt dahinter? Welche Vorgehensweise, welche Strategie steckt dahinter? Ja, gerade zum Beispiel in 2007, 2008, also während der Finanzkrise, war es schon wichtig, dass man sich weit von der Benchmark entfernt hat und sprich eben Aktien wirklich aktiv verkauft hat oder jetzt auch im vergangenen Jahr, dass man da einfach die Aktienquote deutlich gesenkt hat und hier eben eigene Entscheidungen getroffen hat. Deswegen hat man ja einen Fondsmanager, das ist ja der Sinn davon. Und also hier eben wirklich in Krisenzeiten wirklich mal auch mutige Entscheidungen treffen, ist wichtig. Aber in, wie würde ich mal sagen, in normaleren Börsenzeiten schauen wir auch sehr genau, wie die Sektoren im MSCI-Welt, also im Weltindex, gewichtet sind. Und hier schauen wir auch ganz genau, wo haben wir Übergewichtungen, hier haben wir Untergewichtungen und hier gehen wir auch keine extremen Positionen ein, weil ich glaube auch, es gibt in jeder Branche, gibt es gute Unternehmen oder auch gut geführte, gut gemanagte Unternehmen, sodass man auch in verschiedenen Branchen gute Firmen und interessante Firmen finden kann, sodass ich hier gar nicht so extrem Situationen eingehen würde. Lass uns mal bei der Allokation bleiben, Stichwort Dividende. Es wird ja nur, die Dividende wird ja kontrovers diskutiert. Die einen sagen, die Dividende ist der neue Zins, die anderen sagen oder haben Befürchtungen, dass es zum Dividendenausfall kommen könnte aufgrund der Corona-Pandemie oder zumindest zu Kürzungen. Wie würdest du dieser Frage begegnen oder diesen Befürchtungen begegnen und was ist so deine Strategie für 2021? Dividende ist der neue Zins, finde ich ganz interessant, weil da werde ich auch oft gefragt, ist Dividende jetzt der neue Zins? Das beantworte ich immer gerne mit Ja und Nein. Also ja, in manchen Ländern, nehmen wir jetzt viele europäische Länder oder auch hierzulande, bekommt man ja praktisch keinen Zins mehr. Und hier ist mir einfach eine, nehmen wir eine Versicherungsaktie mit 5% Dividendenrendite oder eine Telekom-Aktie mit 5% Dividendenrendite, einfach viel lieber als eine Anleihe, die mit zum Beispiel 0% verzinst wird, ganz klar. Aber es gibt andere Länder und auch andere, auch bei den verschiedenen Unternehmen, wo man durchaus noch 3%, 4%, 5% Zins bekommt. Und hier würde ich eindeutig auch die Anleihe dann dementsprechend vorziehen, ganz generell. Also deswegen mit anderen Worten, man kann es nicht verallgemeinern, das Dividende ist nicht überall der neue Zins. Also wenn man, es gibt auch bei einem verschiedenen Unternehmen, würde ich jetzt gar nicht so aktiv werden, wenn jetzt ein Unternehmen sehr viel zahlt für das Fremdkapital, wäre es jetzt keine Aktie, die für den Dividendensubstanz in Frage kommt. Dann fasse ich mal kurz zusammen. Also der Dividendensubstanz ist ein global investierender Aktienfonds, der im Fokus substanzstarke Unternehmen hat mit einer guten Dividendenausschüttung. Kann man das so zusammenfassen? Ja, natürlich. Also auch geeignet für eine breite Anlegerschicht als Basisinvestment, würdest du dem zustimmen? Ganz sicher sogar. Und vielleicht ganz interessant noch für das aktuelle Umfeld oder auch für das aktuelle Jahr, fand ich ganz interessant. Ich habe mir heute nochmal die Durchschnittsbewertungen aller Aktien im Fonds angesehen und kam auf eine Dividendenrendite im Durchschnitt von 3,5%. Und zwar, das sind die Dividenden, die also im letzten Jahr in 2020 verdient wurden und jetzt aktuell in diesem Jahr ausgeschüttet werden. Und insgesamt entwickelt sich ja sozusagen, also die Wirtschaft sollte ja in diesem Jahr leicht wachsen, sodass wir auch wieder mit Dividendensteigerungen sogar von dem Niveau von diesen 3,5% ausgehen können. Und ganz interessant auch, im Vergleich zum Weltindex liegen wir ungefähr beim Doppelten in der Dividendenrendite. Also der Weltindex hat aktuell vielleicht ungefähr eine Durchschnittsdividendenrendite von 1,7% und wir liegen so bei 3,5% im Durchschnitt. Also da sieht man, dass es tatsächlich einige Dividendenaktien gibt, die im Moment ganz spannend sind. Also nochmal ein Argument für die Anleger, sich diesen Fonds etwas genauer anzuschauen. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, meine Damen, meine Herren, wenn Sie mehr und detailliertere Informationen zu diesem Fonds wünschen, dann erhalten Sie diese auf unserer Homepage unter www.dj.de.de oder selbstverständlich von Ihrem persönlichen Ansprechpartner bei der DJE Capital AG. Sprechen Sie uns gerne auf diesen Fonds an. Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie uns gerne auf diesen Fonds an.